Kennst du das? Nachmittags überkommt dich die Müdigkeit? Und du willst einfach nur einen langen, ausgiebigen Nett machen? Mit diesem Trick kannst du die Mittagsmüdigkeit überwinden. Dieser einfache Trick ist biologisch bedingt. Wenn auch du morgens gern deinen Kaffee trinkst, dann solltest du es jetzt lassen oder zumindest nach hinten verschieben. Denn Koffein ist für einfach gesagt ein Gegenspieler von Adenosin. Und Adenosin macht dich einfach gesagt müde. Je länger du wach bist, desto mehr Adenosin bildet sich in deinem Körper. Wenn du nun am Morgen aber Kaffee trinkst, dann blockiert das Koffein deine Adenosin-Rezeptoren. Adenosin bildet sich aber trotzdem weiterhin und wenn das Koffein langsam nachlässt, dann bindet sich das ganze Adenosin auf einmal an genau diese Rezeptoren und sorgt dafür, dass du nachmittags erstmal so richtig müde bist. Das angestaute Adenosin sorgt also für die übertriebene Müdigkeit. Das heißt, am besten lässt du den Kaffee ganz weg oder verschiebst ihn weiter nach hinten, sodass du das typische Mittagstief umgehen kannst. Für mehr solcher Tipps folge uns jetzt!